Ich weiß ja nicht, ob ihr alle die Nachrichten verfolgt. Falls nicht, macht das mal. Gerade ist etwas im Umlauf, das die Menschen krank macht. Gracie? Gracie? Hilfe! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Hol die Schulschwester. Geht's dir gut? Hallo, Dad. Ich kann nicht mehr zurück in die Stadt. Alle Straßen sind abgeriegelt. Achtung! Sie dürfen ihr Haus nicht verlassen. Und wo bist du jetzt gerade? Hört mir jetzt bitte ganz genau zu. Verrammelt jedes Fenster und jede Tür im Haus. Habt ihr das verstanden? Dad? Party im Fest 2. Wir dürfen nicht rausgehen. Wir sind allein und können tun, was wir wollen. Und was tun wir hier? Wir genießen den Moment. Hey! Hey, ich rede mit dir! Hörst du nicht? Scheiße! Stacy! Hast du was in die Augen gekriegt? Die Wurmgriffe breitet sich in den USA immer weiter aus. Sie ist infiziert. Aber ich lasse ihn nicht allein. Hilfe! Du verlangsamst das Wachstum vielleicht. Es verwandelt ihren Körper in irgendwas anderes. Ich kann das Ding in mir spüren. Es ist hinter meinen Augen und will mich kontrollieren. Ich kann es nicht aufhalten. Du musst es unterdrücken, Stacy. Geh weg! Nein, nein! Emma, bitte verschwinde! Es wird mich dazu bringen, dir weh zu tun. Vermeiden Sie unter allen Umständen eine Infektion. Vermeiden Sie unter allen Umständen eine Infektion. Vermeiden Sie unter allen Umständen eine Infektion. Untertitelung des ZDF, 2020